Den kleinen Kai bitte aus dem Kinderparadies abholen. Sofort! Ähm, nein, das ist nicht die Tür zum Kinderparadies, nein! Soll ich jetzt springen? Warum nicht? Na, geht bei uns eh automatisch. Das war eine 10,0. Und was mit ihr? Du musst jetzt da rein! Ja! Hilft nix! Ach du meine Güte! Jetzt habe ich die Tür klingelt hier irgendwie. Ja, das wird sofort bestraft. Wann ist das Achtung oder? Ich habe hier noch die Tür hinter. Ja, die wollen wir wieder! 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 Ja! Ja!